Musik 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 mit mir die don und einen beiden kollegen noch zusätzlich denn ich bin diesmal worden ist so jetzt meine ganzen charaktere außerdem die man auswählen kann ja das ist der commander also wenn man den zumindest die nämlich oder was ja wenn du willst das ist die maya also dass die heilerin sozusagen die welche ich jetzt nehme ich weiß noch nicht also wenn du willst kannst du den zero nehmen ich nehme den hier psycho was meinst du den den psycho über der maya okay sagt mir das nicht so du hast doch hier vier fünf sechs charakteren vor dir nur vier gerade wenn wir daran gezeigt ich bin nicht bei dem trailer bin auch ich werde du hast du hast du hast kein dc hast du mir jetzt schon hab gerade gekauft ernsthaft als ihr den trailer angeguckt habt es zu mir der hat schon einen krater gekauft meine könnt ihr entscheiden ob ihr zerro nimmt den assassin ich glaube ich nehme dann den ich nehme dann den eigentlich dass mir lieber nicht den einen dlc typ nehmen würde ja aber gut ich weiß ja jemand von euch will er den ziel spielen deswegen werde ich schon ein auge zu schließen aber wir müssen jetzt zwei minuten noch nein ich möchte einen langen charakter ausfüllen oder einen und wir haben zwei minuten leute bitte ich ne ich nehm den zerroht doch hab ich jetzt ich habe ausgewählt okay wir haben beide mit webpitch die gleichen kanonendings so fangen wir jetzt mal an das erklärt von zertow er ist eigentlich gekommen jetzt richtig richtig hallo ja wenn ich das glück weil kommande ist geht voll leben einfach mal ich habe ja ich auch gerade okay los geht's mit schiff kann man rennen außerdem so die es nicht wissen auch immer wieder schneller als der name fucking roboter als mich beide läuft so komisch ist die olle die will uns auch schon nach willkommen willkommen sehen zeigen wir das scheiß willkommen da hinten ist noch eine kiste wartet man und die waffen bekommt ja nicht vergessen wir müssen uns richtig gut aufteilen welcher kurz anmerken ja also ist nicht so wie bei einer anderen bestimmten gruppe ja also hinsetzen ein bisschen penalty da sehen wir können sich mal hinsetzen mit c oder jetzt ja gedrucktheit gedruckt drückt doch erst mal tippen okay los geht's reicht jetzt wir machen weiter aber nie dass die einstellung ich glaube die meisten werden jetzt sagen das sind wirkliche einstellungen merkt man gar nicht irgendwo hier aufmachen ein paar küsten oder so habt ihr gehört ja ich sehe ja so ist ja weiß guck mal warte mal hier komm mal her wenn das ist geiler roboter auf sowas tisch der sich hier leute hier leute sieht es hier da da denn siehst du das wort denn mit den auge war es deswegen ein geiler spaß wie 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 oh waffe eine rolle hier ist mani so mani klatsch der wirkt erst mal ditten ein bisschen zu viel was wollt ihr ja labet bisschen zu viel warte noch nicht weitergehen ja noch ein bisschen einsammeln wenn man rennt hebt ihr die pistole so hoch ja wir wollen auch in echt auch machen ehrlich ist ja und dann einmal schießen und dann einmal schießen ja nur ein bisschen mehr immer packt er sich auf die fresse schad ab Frau hey lass sie ja die sexy wirklich Bitch aus ja und aufpassen vielleicht kommt Gegner da kommen jetzt die erste Gegner ich würde vollstellen schießen ja okay ich muss die Mausempfindlichkeit runtersetzen ja ich war davon noch mehr ernsthaft ich war in den wollte sehen was für eine Waffe clap trap okay money nice hey warum heiße ich denn Mojapagandai ich heiße äh wer heisst ich noch die Worte Mojapagandai ne der bin ich der bin ich außerdem glaub ich oder keine ahnung die beide heißt bei mir normal ja bei mir genau das gleiche mutterspringen juhu kann man kein Schaden ne easy peasy da ist Gegner war voll scheiße im schießen was los hure kann nicht wahr sein leute wir sind vier spieler merke ich gerade wie wir sind vier wir sind vier leute hä hä ja wer ist der hier wer ist der typ hier kannst welchen rauswerfen lol wie ist er denn hier reingekommen warte mal ich guck mal spieler kicken ja ich kann es mach mal bitte ganz kurz danke alter kommt einfach so in unser spiel rein ja wirklich kann man das nicht einstellen dass keine anderen joinen können eigentlich ja oder scheiß drauf naja was solls wer ist weg die ganze Zeit und weg was was ich doch nicht kann man hier hoch boah er soll sich noch zu halten ey ok weiter warte 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 er braucht Hilfe oh ey warum das ist die ganze Zeit da im Loch ich will nicht mal mit dir erstmal in deinem Loch beschnitten erstmal da liegen lassen ja liegen so alter die quatschen viel zu viel oh nein 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 ich soll kein notellwipty machen mit wem mit mir ja ok du musst wegdrehen so so gut hält schon ich will dir keinen toll machen weiter gehts du 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 Okay du hey gleich kommt Endboss Ja kommt schon ja auf jeden Fall aaah eval ist weggewaltignd Kannst wir den rauswerfen der direkt da reingeschonen ist danke wie noch keiner rein ja da steht da links ek Antonio ich guck mal ob man das ausschalten kann ne der ist gleich drin hä aua stand da gerade zumindest das ist eigentlich wenn einer stirbt kann man wieder begeben das ist ganz oben aber kein kann schon zufügen das bei mir wo ist er kommt mit dem auto beschwissen die potz da ist er so wir machen ihm klotz wir schaffen es wer tötet ihn zuerst ja ich bin wieder am leben um level 2 ja klar klaut alles klaut alles okay dass man kurz gucken was habe ich dabei mit teils gehabt bekommen wartet mal ich muss das spiel bis zum audi untersetzen nicht höre ich was gar nicht ich habe neue waffe hey wieso bekommst du hier neue waffen eingesammelt und wo ach sara so jetzt habe ich aber können wir weiter ja wir können weiter ach wartet mal ich kann das ausschalten dass keiner reinkommt ja mach mal ganz kurz ja mach das mal doch habe ich gut hallo ja 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 man gar nicht ich bin ein psycho guck mal jetzt und fein damit hallo wenn ich schon so so offensichtlich was war das ich habe eine waffe bekommen recht nicht guckt euch die an das ist ein schott kann ja wenn man das haben ich bin schlechten schott kann ich würde es nicht ich bin meine waffe ist ganz gut ich will man hier runter ist untergefallen oder was wo ist die wir müssen reisen hallo hier warte ich habe die waffe getroppt ja die schon so gefällt jetzt was zurückgemacht jetzt gehen sie voll geil aus die Tete Tau und die Halt die Klappe Nö Achtung ich meine auch eigentlich nicht dich, sondern... Runterspringen! Juhuuu! Oh mein Gott Na easy Na auf jeden Fall easy Fuck you Oh Gott im Himmel, Alter Alter Wir sind durcheinander Zu viele Moxer, Alter Ihr kommen wollt vom falschen Ufer Was? Wo ist der denn? Naja, aber zu dritt sind wir besser als zu zweit Das stimmt Ah, ich hab noch neun live Okay Jungs, hier spricht Käpt'n Flint Findet diesen Kamerjäger und bringt ihn Ich hab noch nicht Drei 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 Drei